hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde ark aberration mit adam nimmst du die zwei mit dann nehme ich mit den gehe ich mit luci und wo ist denn detlef? ach da oben, ich habe mich da irgendwo gepackt, meiner! detlef! also ich muss ja nicht umstellen ne? wieso? wegen lily eigentlich kannst du es ja das ist max das ist immer noch max du hast den falschen ich hatte jetzt gerade in meinem blick war jetzt gerade so ein bisschen auf dies gerade gerichtet auf jasmin jasmin schminke katze ohne schminke ja um den mitzunehmen für das ding also nicht damit knicklich damit doch ja dann los geht's das eisen wartet auf uns mal sehen wie viele wieder mit zurückkommen ja mal gucken mit wie viel reifert scheint wir zurückkommen da ist schon mein erstes opfer was ist denn tot? hab ich doch gar nichts tot weder doch mit dem konnten wir auch wieder hoch ne? bist du hoch? mhm 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 dann kommt man mit äh da mhm mhm ähm mhm 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 Ja, Moment. Kommt mit, ihr vier, äh, drei. Hm. Oh, ich muss noch ganz kurz was machen. Einen Moment. Ich wandere in der Zwischenzeit mit den Pichern hoch. Ey, das sieht so geil aus, ne? So, da bin ich wieder. W-w. Hey, wo bist du denn eigentlich? Zwei. Wollte ich den nicht hier hochkommen? Ja, das ist schwierig, mit, äh, vier Ravagern da hochzukommen, wenn einer andauernd irgendwie rüberkommt. Detlef. Jetzt weiß ich, warum er immer so Probleme hat, hier hochzuspringen bei diesem Ding. Ja, wieso denn? Ach, weil die Ranke durch den Boden ge-baggelt. Und, wuhu. Nein, die Gretel und Max, die stehen hier oben. Ja. Oh, falsche Dastie. So. Detlef, es ist sehr ungünstig. Wenn du rauf gehst, will ich noch nicht ganz rauf. Zieh. So, an der Gret. So. Ja. Kommt, bei Fuß. So, Problem gelöst. Oh, ich seh nichts. Ich folge mal hinterher. Wir sind eine kleine Familie beim Ausflug. Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Der Anblick. Ja, okay. Geh du mal nach oben holen. Aber, aber alle. Ich komm zu euch runter, wir machen einen anderen Weg. Wir können nicht anders nach oben, um das Eisen zu holen. Geh du mal oben das Eisen holen. Ja, ich komm mit euch. Oh, scheiße. Du musst es denn jetzt aber nicht gleich machen. Sei froh, dass ich damals die Gleiter gebaut habe. Ähm. Ja. Lucy? Lucy ist da oben auf diese Ranken gegangen. Ja, das ist jetzt wieder so ein typisches Beispiel. Lucy ist da oben drauf geblieben. Auf den Ranken. Das ist ernsthaft? Ich geh's immer auf leuen. Danke. Chaos-Runde. Das ist ja geil, du fällst runter und sie springt auf die Ranke drauf. Das ist so richtig typisch hier. Okay, wir wollten eigentlich Eisensamen. Was machen wir? Jetzt ist mal so eine Scheiße. Ja, aber das liegt ja nicht an mir. Diesmal bin ich ich schuld. So Lucy, wo bist du hingelatscht? Hä? Rein aus der Theorie, bist du sie noch oben auf dem Stein sitzen. Irgendwo. Nee, ich laufe jetzt gerade nach oben, weil eben als ich sie gesehen habe, bist du jetzt hier oben links gelatscht gewesen. Lucy? Ach, da ist sie. Lol. Bist du die runtergekommen? Ja, die ist hier unten. Okay, ich komme. Alter. Motion Sickness, Alter. Muss auch noch jemanden mitnehmen. Wo ist denn Maxi? Ich brauche mal einen Kerl hier. Ja, hier ist Maxi. Ich brauche mal Maxi mit. Alter, Motion Sickness, ey. Wenn du da runterfällst. Ich weiß nicht, wieso. Ich gucke mir das an und mir wird so flau im Magen, weißt du? Als wenn man selbst so gerade so... Ja, das habe ich aber auch oft. Das liegt einfach daran, das ist echt krank. Annegret ist Level 323. Warum nicht? Warum nicht, Annegret? Warum nicht? Ich dachte, du hast Annegret hinter dir. Nee, du hast hier alles gehabt damit. Oh, ein Safi. Hi. Drück mal alle auf Dings. Wie war das bei mir denn nochmal mit dem... Nein. Alter. Du Kack-Scheiß-Vier hier. Ich glaube, es hackt. Ich wollte gerade in die Option gehen, du Penner. Du Penner. Penner. Hier mal gucken, ob hier irgendwo Ravager sind. Mach das. Ravage. Da ist noch ein Schaf. Was zum Teufel? Bist du gerade angerufen? Ja. Bin ich da. Das passiert normalerweise immer nur, wenn ich... Wo bist du denn hin? Ja, einfach nur die Wehko. Wir gucken. Vorsicht. Raptur... Nee, was haben wir? Was haben wir? Rapturen. Da vorne ist ein Schafi. Ja, ich habe Maxi nochmal kurz auf Dings gesetzt. Auf... Pass... Auf neutral. Mit der Klau zu hauen, dann kriegst du mehr Fleisch. So. Eisen. Wir wollen Eisen. Ich glaube, das ist hier lang irgendwo. Ich weiß nur gerade nicht, wie wir hier an den See kommen. Oh, da vorne ist Gas. Da! Gut, dass das erste Eisen vorkommt. Eisen. Da suchen wir noch mehr. Da ist echt? Ja. Hinter... Boah, ein bisschen hoch. Eisen. Bamm, Bamm. Oh, kurz aber. Oh. Mir fällt gerade ein. Ich habe was Krankes bei Seven Days to Die gefunden in der letzten Folge. Na? Was denn? Mit Kettensäge. Alt. Ja. Die ist nur schlecht für Zombie töten, habe ich gemerkt. Weil die Zombies sich währenddessen echt ganz leicht verprügeln. Du musst echt nah rangehen. Also ich glaube, wenn, dann können wir nicht echt gut so Bäume und so fällen und alles nehmen. So wie hier bei Ark, wenn du da auf Bäume fällst. 200, 200, 400. Weg. Weg. Ja, Squatch-Earth, ne? Ja. Maxi, du kannst auch mal hier was tragen, ne? Wir brauchen noch einen weiteren männlichen Ravager. Wieso? Weil Maxi seinen Bruder wieder braucht. Oh. Hier an der Gret. Das ist was zu tragen. Okay, wo ist das nächste? Gleich mal los suchen gehen. Denk an, dass wir alles zum Beispiel nehmen, ne? Steine, Feuersteine, egal was wir finden. Ähm. Geradeaus hier mal? Ja, warum nicht? Jetzt müssen wir auch so gesehen, die keine Angst vor dem Basilisten haben, wenn wir mit unserer Familie unterwegs sind. Ähm. Ich mag es, wenn du irgendwo einen Megalosaurus findest. Ich muss ja sagen, ne? Dieser Stein hier, ne? Ja. Es sieht voll komisch aus. Mal hinablaufen? Ne. Was mit dem Legosaurus? Die werden wir brauchen, wenn wir irgendwann mal gehen. Was soll? Was soll denn da? Einfach nur ausgucken. Ich hab den ausgucken müssen. Ich gucke mich hier hinten mal ein bisschen um. Nö. Oh, wir sind fast im Dinges-Gebiet. Ne, doch hier kommst du nicht runter, beziehungsweise... Fallfrei runter und... Schon gar nicht wieder hoch. So war das. Oh, dann drüben kann man rüber gehen. Guck mal hier. Ja, hier. Wo? Ja. Wo? Ja. Oh, ich seh dich nicht. Ein Stück weiter ist so eine Leine, Liliane. Wo? Ein Stück nach hinten. Ich seh dich nicht. Ja, den gleichen Weg einfach zurücklaufen. Ich bin nochmal runtergeplumpst. Detlef? Detlef? Detlef, was machst du da? Oh, ich bin runtergeplumpst. Ähm. Ja, gut. Das ist natürlich unkürzlich. Ich gucke hier drüben mal nach, ob hier... Ja. Irgendwie Eisen ist. Letzte Folge, sie fällt aus Versehen runter. Ich muss... Ich... Ich... Freundlich, wie ich bin hinterher. Und damit sie nicht stirbt. Ja, ich will einfach nur gucken, ob hier Eisen ist. Wenn hier Eisen ist, weiß ich ja, dass wir hier rüber können. Und ich fall runter. Ja, ich gehe einen anderen Weg. Wo bist'n du jetzt? Ich bin mal runtergeplumpst, wie bereits gesagt. Ja, wo? Ja, wo wir eben waren. Da hinten. Ah, ich seh dich. Hi. Oh, diese Flächen hier. Ich glaub, die würden sie wahrscheinlich so belebt normalerweise, wenn du noch nicht auf dem Server spielt. Also, mich grad nicht so neugierig, ob ich hier einen Weg nach Dings finde. Nach unten? Den findest du woanders. Alter. Detlef, wenn ich dich nicht reite, da bist du dumm wie Stroh. Was ist das denn hier? Wir könnten hier natürlich runterspringen, aber das wäre auch nicht in der Sache. Wir müssen schon einen richtigen Weg finden. Das ist das blaue Gebiet. Die ganzen lila Sachen, die du nebenbei siehst. Da brauchen wir halt nicht hin. Da dürfen wir nicht hin. Nee, da brauchen wir das Dings. Da ist den Anzug. Ähm. Wo lang? Da hoch. Okay. Oh, hier ist Gas. Das ist ein Basilisk. Müssen wir auch aufgucken, ne? Bei unserem anderen. Wo ist der? Das ist ein Basilisk? Da. Ich hänge grad einen anderen. Welches Level? Warte, Moment. Ähm. Alter. Kann ich nicht sehen. Seid ihr bereit? Ist das einfach riskant? Los Familie, Attacke! Auf ihn! Für die Familie! Das hat jetzt 123. Was ist der? Nein, ich hatte Andegrit vor der Nase. Oh, zwei. Ich dachte jetzt voll der ist. Ich hatte Andegrit vor der Nase. Was ist das 123? Das wird ziemlich hart, das Level. Ich möchte, dass du Opfer-Items nicht aufsammelst. Und Max, sitz! Du sollst auch keine Opfer-Items aufsammeln und... Also muss ich bei dir jetzt auch noch einstellen. Machst du das mal kurz. Ja, Moment. Dafür musst du stehen bleiben. Kann ich gar nicht, oder? Ne. Dafür musst du ab. Was? Ah! Oh! Worum ist du denn der? Also was machst du hier oben? Strange. Nein! Tschüss! Sitz! Oh! Oh! Er hat so einen Fakt. Mami, weg hier! Weg nach unten. Juhu! So, Eisen. Wenn ich dir das Gas-Vorkum so ansehe, müssten wir mal bei unserem anderen Ufer wieder rein vorbeischauen. Da müssten ja schon zig Ballons sein, ey. Ah, Nase schnüffeln. Ein bisschen Gas schnüffeln. Yeah! Ach, Katze, das ist ohne Ton. Dein Mikrofon ist mute. Entschuldigung. Das habe ich nicht mitgekriegt. Bin gegen die Top gekommen. Voll die Armee hier. Eines Tages nehmen wir nur zwei unserer Familienmitglieder mit und, äh, gehen wir auf Erkundungstour. Ha! Ha! Maxi? Maxi ist steck geblieben. Wieder mal. Die können das nicht irgendwie. Na nü? Das ist eine Explorer-Note. Oh, scheiße. Wo? Da. Ach, das ist ein Rucksack. Ja. Kann ich aber nicht. Kann ich nicht auch. Habe ich nicht schon mal? Weil das... Doch, ich habe doch immer mal so einen Rucksack gefunden, wo ich sagte, du, da ist ein Rucksack. Warte mal, Emilias... Das erste. Genau, so. Äh, Emilia, Emilia... Ja, habe ich. Okay. Dann habe ich dir auch wahrscheinlich schon vorgelesen gehabt. Ja. Ja. Na, weiter Knopf. Warte. Ich muss noch ein bisschen auf Maxi achten. Was greifst du denn da jetzt schon wieder an? Ach, ich habe eines von diesen Insekten angegriffen. Das sieht so lustig aus, wenn sie... Oh, grün. Schick. Haben die vielleicht auch verschiedene Wirkungen oder so? Alter, geh mir aus dem Weg. Weiß ich, wie wir da langlaufen? Eier, der hat mir im Weg, ey. Aber es hackt. Äh, hast du eigentlich eine Ahnung, wo wir gerade sind? Nö. Ich halte mich schon mal ausschaut. Du bist immer so schnell. Da können wir noch ein bisschen auf den Eisen vorkommen in der Nähe. Hast du auch vorhin noch ein vorbeigelaufen? Was, echt? Ja. Ich habe das Eisen vorkommen nicht gesehen. Ja, aber du sollst immer eine ganze Zeit vorrat so weiter, Lorenz. Wo hast du gucken können? Das war nicht ja mit deiner Ungeduld. Oder mit dem Zehen auch. Guck doch. Ah, hier sind wir. Wir sind da, wo wir angefangen haben. Wo zwei Eisen vorkommen waren. Stimmt. Das ist, wenn wir jetzt da wieder langlaufen, kommen wir eigentlich im Grunde da den Wald hoch, oder? Skorpion! Shitin! Ah! Für Sparta! Oh, jetzt kriegt er richtig... Oh, Sinne! Hier ist noch einer. Ah! Für Sparta! Er ist hier den Weg rum. Irgendwie fehlt dir jemand, aber nee. Wo bist du hin? Ich habe dich eben noch gesehen, du Kackvieh. Davon da ist er. Ha! Ich habe doch noch was anderes gesehen. Na, was denn? Glaube ich. Da! Ha! Handelnfleisch. Das wäre was, haben wir noch hier. Da oben ist irgendwas blaues. Das ist ein Tag-Para. Was? echt ja ein abschlafen tech para tech para hallo 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 du stirbst jetzt tut hallo so greift max ja nicht nicht an weil du ihn auch passiv hast das heißt nur an wenn du angegriffen was so 85 oben da war es gold und ihr den dodo man besoffen der drohen stahl ist besoffen maxi du bist im weg was ist das denn gerade so ein geräusch eins von unseren ravage hat irgendwas gemacht das brummt so lily erstmal kackpause oh hier ist eine rampe und dann sind wir schon wieder hier beim explorer note die haben wir schon auch schon glaube ich glaube da oben sie wird auch noch aufgeladen drauf gerannt das sind wir jetzt mal anders laufen wir sind hier eisen eisen wo bist du wo denn wo bist du wo denn wir brauchen dich dringend upload filter gleich strike ja frankreich ist ja schon bemüht dann jetzt schon zu testen die wollen so schnell wie möglich oben geht's hoch da beim iguanodon beide iguanodon da hier hey igu ja und besoffener dodo ist ja auch und ein fotou ich guck mich grad so ein bisschen um ob hier irgendwo eisen vielleicht versteckt ist aber wo geht's denn jetzt hier hin das wüsste ich allerdings auch gerne alter ah da hinten ist so eine sonde sonde? ja so ein umwandler oh nein hä wo war denn hier raus da raus da raus da wo war denn hier ein pilz da sind keine pilze what the fuck oh nein oh nein oh nein nicht drauf gehen hä da brauchen wir eine gasmaske um da durch zu kommen da fuck da ist die umgebung da aber ist doch nicht mal irgendeine anzeige oder so ne ne das siehst du auch da nicht ich wollte grad sagen ich so hä da war doch gar keine roter piss aber ich will mal kurz was machen bin so bin so zwei bin schon tot bin zwar gleich tot aber ich will mal moment äh alles das hat weg und so das ist nicht dann die todesgasse oder so ähm das kann sein dass das der weg nach zur zweiten oberfläche ist alter schade dass wir keine markieren können ne so ne minimap ich glaub man kann sogar die karte markieren ich weiß grad bloß nicht wohnt warte mal ähm wenn du die tasten belegung nicht umgestellt hast dann glaub ich mit n markierung setzen ich kann ich kann ich kann sowieso keine markierung setzen weil mein handschuh mir durchs durch die karte sticht oh hier lief grad ein pferd weg halt mal die augen offen ja ja das pferd hat sich vor mir erschreckt achso mit n ne nein ich hab das jetzt auf punkt gesetzt wo steht denn das mit den tastaturen ähm optionen markierung setzen nicht zugesetzt nicht gesetzt äh womit setze ich denn das ähm keine ahnung kannst du irgendeine tastatur irgendein dings wählen und so ähm jetzt muss ich auch die koordinaten eingeben da weiß ich nicht ob man dafür steht hier markierung markierung zur karte hinzufügen ah du musst dann auf drauf drücken wo drauf ähm was ist denn jetzt ist ein also auf die knopf die du hast und dann am besten wenn du abgesitzt ja absitzt und dann hab ich ich muss jetzt breitengrad was ist denn breitengrad was längengrad glaube ich äh ich glaube auch 20 und breitengrad ist 50 50 äh trotzache jetzt ist dein aufgang so ich hab wieder halbes leben so dann können wir ja weiter wir finden noch unser eisen alter ich hab mich da erschrocken wo sind denn da pilze ich hab auch keine pilze gesehen ja das ist äh da darfst du aber auch nicht drin stehen bleiben dann oh hallo pferdchen tschüss pferdchen ich bin ja auch weiter gelaufen ich bin ja auch weiter gelaufen ich muss doch maxi äh maxi ist doch bei dir oder nicht ja ich wollte mich gerade noch kurz aufleveln weil er gute nur zwei level hat nee ich hab mir gedacht ich bin durch pilze gelaufen deswegen bin ich leider gelaufen und wollte stehen bleiben um mich zu beruhigen ja wir sind gemächt hat dass er überhaupt keine pilze sind ich bin da beim ersten mal durchlaufen kläglich dran kapiert kläglich ja weil du auch keine ahnung was das ist was das ist du kennst dieses zeug ja auch nur wenn du äh die pilze eier oh hier sind noch mehr hab ich da gerade eisen gesehen wo nee warte mal ich mag sie mal von den steinen weckt es ja mann ey äh ja eisen finden ist tatsächlich oh hier ist noch so ein grünes ding sind wir da schon mal lang wo lang da die so die inzwischen keine ahnung ich glaub nicht denkst du nichts böses läuft den weg lang ja gucken wir mal kristall ja das ist ein iguanodon oh hier ist ein aufgang was echt moment mal wenn es das ist was ich denke dann lache ich jetzt aber wieso ne ach das ist das plateau ne das hat gar nicht das plateau sein das plateau ist da oben das ist doch da hinten ist ein umwandler und ratoren ja hier geht's hier weiter gelaufen ja wenn du die leine siehst weißt du wo ich bin ähm ist das nicht die leine bei der wir vorhin waren weiß ich nicht doch ich glaub schon doch ich glaub schon der lag ja oben zum plateau lass es doch mal hoch hier ok noch mal wir haben ja noch einen weg gehabt richtig den wir da laufen können und maxi lauf vor danke klack 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 ich find's aber unfair dass die ganzen dinos immer so hoffenweise level kriegen und ich gammel irgendwie die ganze zeit bei meinem level 73 rum krieg kein level ja für uns wird das eh nicht kompensiert das letzte mal sind wir glaube ich links genau zum glaslammler gelaufen ähm äh ich bin gleich wieder da was denn anegrin äh warum nicht hi ne detlev ja komm ich bin eigentlich ich bin gleich da hips dann kann ich mal kurz gucken was hier rechts ist grüne kristalle die kannst du auch mal abernten da kommt auch manchmal kristalle bei raus das ist ein leuchtkäfer jetzt ist nicht wirklich viel echt nicht mal entdeckt jemand weiterlaufen kann ich weiß nicht ist ganz viel gestrüpp manchmal kann man da durchlaufen ich höre ein schaf hast du detlef bei ja ich sehe dich doch da das schäfchen tech-para und hier sind einige kristalle das ist gut ich kann es mitnehmen jetzt zerbrechen die kristalle ja die zerbrechen instant wenn man die anguckt das ist einmal drauf ja nein bin da schon wieder runtergefallen glückwunsch wenn da oben nichts interessant ist es kann es ja eigentlich auch wieder runter kommen dann guck du dich da oben weil wir sich da oben ich sag einfach mal das war's für heute ein bisschen früher aber es ist in ordnung jetzt aber wenn fristen früher ist gut wir haben 32 minuten jetzt aber wenn ihr ein paar bewerten könnt ihr denkt auch an die roten knüpfe unter unseren beiden kanälen in unserem kein geld denkt auch an die glocke der königskrabbel und beim nächsten mal sehen wir uns dann hier wieder mit zusammen mit der blutkatze wenn die oben ist bis dahin ciao und 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 und